sind die Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich vollständig aufgehoben. Ab sofort ist die uneingeschränkte Einreise für deutsche Staatsbürger nach Tirol wieder möglich. Wie geil ist das denn? Seid ihr schon drin? Ich fahr grad rein. Der Maximilian fährt auch heut rein. Der Konstantin ist schon drin. Der Leopold fährt morgen rein. Hat die Rosi eigentlich wieder offen? Sonnenbühl hat to go. Woohoo!